Bitcoin und Ethereum, was nächste Bewegung? Lasst uns das in den Charts herausfinden. Oh mein Gott, Bitcoin bricht aus und ich werde euch zeigen, dass das echt ist. Und das wird eine sehr große Bewegung. Wir werden darüber reden, wo es hingeht und wie weit es hoch geht. Und wir werden uns auch Ethereum ansehen. Und natürlich, wir werden uns die Dominanz ansehen. Alles in der heutigen Sendung. Das heute wird wirklich ein spannendes Video. Für alle euch da draußen, also setzt euch hin, drückt Gefällt mir, abonniert und die Glocke. Weil das wird einfach nur eine tolle Sendung. Oh wow. Ich glaube, wir sind wieder in dem Bullenmarkt. Ja, ich weiß, es ist noch etwas früh. Ich weiß das. 45.000 müssen wir durchbrechen und eine 4-Stunden-Kerze darüber schließen. Über den 45.000er-Bereich. Das ist, wo wir sein müssen. Und wo wir solide sind. In diesem Bullenmarkt. Wir werden darüber reden, warum das so ist. In der heutigen Sendung. Oh mein Gott. Die Bullen sind zurück. Und ich bin aufgeregt. Also wenn dich das interessiert, das zu traden, dann könnt ihr das tun bei buybit.davincij15.com oder femex.davincij15.com. Die Links sind in der Beschreibung von dem Video. Schaut euch das an. Und seid ein Teil davon. Part of this party, party, party. Aber denkt dran. Das ist eine Leverage Exchange. Und die kann dich genauso gut auslöschen. Also geht sicher, dass ihr wisst, was ihr tut, bevor ihr einen Hebel-Trade öffnet. Okay. Lass uns weiter machen. Und lass uns rüber gehen zu den Charts. Oh Mann. Lass uns auf die tägliche Chart gehen. Ich möchte euch was zeigen. Ich möchte euch was zeigen. Auf der täglichen Chart könnt ihr sehen. Lass uns sagen, die 45.500. Wenn wir die durchbrechen, 45.800. Das wäre das Signal, dass wir ein neues, höheres Hoch gebildet haben. Das erste Mal seit dieser ganzen Bewegung. Seit dieser ganzen Bewegung. Das wäre das erste höhere Hoch. Und ihr könnt sagen, du kannst dir hier nichts ansehen, was ein höheres Hoch ist. Diese Bewegung nach unten. Das ist hoch. Und dann wieder runter. Und dann haben wir noch kein neues Hoch gebildet. Von diesem hier. Ihr könnt jetzt sagen, dass das ein höheres Hoch ist. Aber wir sind nicht weiter nach oben gegangen. Also das war's. Ihr könnt sehen, hier auch. Wir sind nach unten gekommen. Wieder nach oben. Und sind wieder runtergedammt. Aber ihr könntet sagen, das ist ein höheres Hoch. Höher als das. Ja. Aber wir haben den Boden hier durchbrochen. Also effektiv zählt das nicht mehr als ein Hoch. Also jetzt. Wir haben noch nicht diesen Boden hier durchbrochen. Wir haben diesen Boden hier noch nicht durchbrochen. Und dieses Tief auch noch nicht. Lass mich das nur einzeichnen. Ihr könnt sehen, dieses Tief. Das ist tiefer als das hier. Aber dieses Tief hier. Dieses Tief. Ist höher als dieses. Und das hier. Ist höher als dieses Tief. Und wir haben das hier wieder getan. Also. Wenn wir das jetzt wegnehmen. Was haben wir hier? Wir sehen uns hier. Lass uns runtergehen auf die niedrigeren Zeitebenen. Ja. Ihr könnt das hier sehen. Ganz klar. Wir haben ein W. Und dieses W. Das bedeutet, dass wir schon ausgebrochen sind. Das ist der Ausflussbereich hier. Wir sind durchgebrochen. Sind etwas zurückgekommen. Und haben hier nochmal den Ausflussbereich getestet. Und boom. Wir gehen weiter nach oben. Also das ist ein ganz klares W. Und wir gehen weiter nach oben. Und bis zu diesem Bereich. Unser erstes W. Da wäre unser Ziel. Bei 48.300 ungefähr. Also wenn du dieses W tradest. Dann mach das. Aber geh sicher, dass du deinen Stop-Loss setzt. Und es ist einfach Zeit, jetzt einzukaufen. Wenn du das versuchst, genau jetzt zu kaufen. Weil du diesen Ausflug von diesem W verpasst hast. Wir suchen irgendeinen W auf den niedrigeren Zeitebenen. Springt jetzt bitte nicht rein. Macht es einfach nicht. Also wenn ihr was machen wollt. Dann wollt ihr in diesem Bereich kaufen. Genau hier. Ich mache genau das. Ich öffne eine Position in der Gegend. Und das ist, wo du ein Käufer sein möchtest. Wo dieses letzte W hier ausgebrochen ist. Und wenn es nicht dahin kommt. Dann musst du es einfach gehen lassen. Und dann die nächste Position suchen. Den nächsten Einstiegsbereich. Aber ihr wollt nicht hier reinspringen. Und hinter dem Markt herrennen. Weil das ist ein einfacher Weg, um zerstört zu werden. Also, lasst uns das nicht machen. Wir wollen nicht zerstört werden. Ihr solltet euren Stop-Loss, wenn ihr das tut. Und diese Position öffnet. Und ihr genau den gleichen Trade machen wollt wie ich. Dann muss dein Stop-Loss in diesem Bereich, bei diesem Tief sein. Etwas brutal. Also, geh sicher, dass deine Verluste nicht sehr groß sind. Sollten wir da runterkommen. Ihr könnt es auch bis zu diesem Punkt hier nehmen. Aber wir haben da eine hohe Chance, dass du da ausgestoppt wirst. Bei dem 43.900er Bereich. Also, hier sollte eigentlich dein Stop-Loss sein. Bei 43.600. Sollte das hier runterkommen. Zu 44.100. Das ist, wo du einsteigen solltest. Also, es gibt natürlich noch einen Weg, wie du einen Einstiegspunkt finden kannst. Ihr könnt auf die niedrigeren Zeitebenen gehen. Und den Rock'n'Brainer Indikator benutzen, um diesen Einstiegspunkt zu finden. Ihr könnt sehen, jetzt gerade hat es dir schon ein Kaufsignal gegeben. Und du wartest jetzt auf das Verkaufssignal und dann wieder auf ein neues Kaufsignal. Bis das eintrifft. Und wenn dann dieses Kaufsignal kommt, dann könntest du das nehmen. Wenn du das nächste Kaufsignal siehst, solltest du eins bekommen. Ein Verkaufssignal, weil es wird dir kein Kaufsignal zeigen, bis wir ein Verkaufssignal sehen. Also, wir können sehen, dass das abhebt. Schau dir das an. Das sieht so aus, als ob hier ein schöner Devil ist. Hier gibt es einen Devil. Auf diesen Trade genau hier. Auf der 15-minütigen Chart. Und auf den Indikatoren. Das ist so schön. Wow. Das ist super. Also, das war ein solider Devil-Trade genau da. Wunderbar. Ich wunder. Normalerweise habe ich den Devil nicht an, weil ich den entfernt habe. Ich muss ihn wieder hinzufügen. In meine Indikatoren. Also, wenn dich das interessiert, den Rock'n'Brain'er Indikator zu bekommen, dann geht drüber zu payments.rock'n'brainer.eu Und meldet euch an, nur für einen Monat. Ihr könnt das Geld schnell wieder zurück machen, da wir jetzt fast in einem Bullenmarkt sind. Noch nicht ganz. Aber wir sind fast da. Und ich fühle einfach, dass das eine gute Gelegenheit ist für jeden. Um einfaches Geld zu verdienen, mit dem Rock'n'Brain'er Indikator. Und das ist ziemlich einfach. Und geht sicher, dass ihr ein Teil von den Davitas seid. Wir geben immer mehr Informationen bekannt. Also kommt drüber. Wir werden bald bekannt geben. Sehr bald. Wann wir den Launch haben. Also geht sicher, dass ihr euch anmeldet. In unserem Discord und in den E-Mails, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Und ihren Whitelist-Spot haben wollt. Und lasst uns weitermachen mit Ethereum. Bei Ethereum könnt ihr sehen, wir sind ausgebrochen von hier. Seitdem wir von dieser Abwärtstrendlinie ausgebrochen sind. Und ganz klar, wir haben hier ganz viele W's. Wir sind von einem großen W hier ausgebrochen. Wie ihr sehen könnt. Und dann könntet ihr sagen, das ist ein kleineres W. Und wir sind auch schon ausgebrochen. Und hier habt ihr das. Also lasst uns darauf fokussieren, was jetzt gerade funktioniert. Also seid nicht überrascht, wenn wir wieder runterkommen, bevor wir dann weiter nach oben gehen. Ungefähr bei dem 3000 Dollar Bereich. 3092. Also wir werden vielleicht da runterkommen oder den Bereich nochmal testen, bevor wir viel weiter hochgehen. Aber keine Garantie vom Management, weil das könnte einfach weiter nach oben gehen. Wir reden hier von einer großen Bewegung. Das könnte den ganzen Weg bis zu Das ist die erste Bewegung. Ich habe vergessen, bei Bitcoin über die zweite Bewegung zu reden. Aber das ist die erste Bewegung für Ethereum. Und das bringt uns zu 3700. Und die nächste Bewegung, weil das ist ein größeres W hier. Wir könnten sagen, dass diese größere Bewegung uns den ganzen Weg... Lass uns diese größere Bewegung nehmen. Und dann gehen wir wieder zu Bitcoin und sehen, wo die größere Bewegung hingeht. Also diese Bewegung könnte uns den ganzen Weg hoch bringen. Den ganzen Weg hoch bis zu 4500 Dollar. Das wird ein ganz schön holpriger Weg. Vielleicht werden wir das nicht ganz schaffen, weil es zu viel Widerstand gibt. Zu viel Widerstand. Wenn wir hier hochgehen, in diese Richtung. Also ich bin etwas skeptisch, dass wir in diesen Bereich sofort gehen. Aber wer weiß. Die federale Reserve, sie druckt weiter. Und sie haben die Gelddruckerei. Also ja. Vielleicht bringt uns das da hoch. Also lasst uns schnell zurückgehen zu Bitcoin. Und lasst uns auf die 4-stündige Chart gehen. Und lasst uns dieses größere W hier ansehen, was sich hier formt. Ich werde das einzeichnen, falls ihr das nicht sehen könnt. Ich glaube, das ist genau der hier. Und das ist genau der hier. Und aus dem Grund diese Bewegung Wenn wir über die 45.000 gehen, dann wird uns das den ganzen Weg hochbringen zu einer spektakulären Bewegung. Lass uns sehen. Vielleicht sogar etwas höher. Vielleicht sogar bis zu den 52. Ja, der 52.000 Bereich. Ich glaube, der ist nicht mehr so relevant. Ja, das ist toll, wenn wir da durchbrechen. Aber 55.000 56.000 ist das Ziel, wenn wir über den 55.000 gehen. Also drück diesen Kaufknopf und setz deine Stopp-Loss, sodass du dein Risiko minimierst und nicht All-In gehst in diesen Trade von diesen Breakouts. Warum? Weil wisst ihr was? Traden ist keine Garantie. Jede Art von technischer Analyse basiert auf Möglichkeiten und eine höhere Möglichkeit, dass wir weiter nach oben gehen. Keine Garantie. Wenn wir über die 45.000 gehen. Also geht sicher, dass ihr ein gutes Risikomanagement habt? Okay. Lass uns die Crypto-Bubbles öffnen, um zu sehen, was abgeht. Was? Oh mein Gott. Schau dir dieses ganze Grün an. Es sieht so aus, ob wir eine kleine Altkorn-Saison haben, weil die einfach nur explodieren. Und wenn ihr davon profitieren wollt, könnt ihr die Little Out Lady Strategy lernen und dann könnt ihr die Hälfte bei einer Verdopplung verkaufen und Geld machen mit deinem Portfolio, in dem ihr die Little Out Lady Strategy benutzt. Und das hat sehr gut für mich funktioniert. Also geht rüber zu davinci-codes.net-videos. Die Videos sind frei und schaut euch die an. Also lasst uns rüber gehen zur Dominanz. Ich habe wirklich geglaubt, dass die Altcoins tot sind. Als wir hier umgedreht sind, da habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ein Horror. Oder? Absoluter Horror. Aber jetzt haben wir uns wieder umgedreht und das ist nicht absolut, aber das sieht immer besser aus. Da wir hier eine dreifache Spitze haben und sehr viele M's hier geformt haben und die noch nicht ausgebrochen sind. Und ihr könnt sehen, dieses M, das wird diesen Widerstand durchbrechen von 42%, 42,6%, 42,39%. Und wenn wir da durchbrechen, ja, dann werden wir weiter nach unten gehen und lasst uns sehen, höchstwahrscheinlich, ich würde sagen, wenn wir hier stoppen bei den 41.000, das ist kein gutes Signal, wir sollten zwischen die 41.000 und 40% gehen. Ich denke immer noch an Bitcoin, deswegen sage ich 41.000. Bitcoins, Bryce. Aber wir sehen uns die Dominanz an. Also, zwischen den 41 und den 40%, wenn wir da durchbrechen, weiter nach unten, wenn wir da durchbrechen, dann wird der Boden durchfallen. Und dann haben wir eine Altcoin-Saison und das wird eine große Altcoin-Saison. Sehr, sehr, sehr groß. Big, 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 massive, colossal, insane. Also ja, geht sicher, dass ihr die Linlod Lady Strategy benutzt, um mehr Bitcoin zu bekommen? Weil das wollen wir. Weil wir haben Bitcoin als unsere Währung und nicht Dollar. Warum? Weil ich weiß und du weißt, dass das Bitcoin echt ist. Bitcoin ist hier, um zu bleiben und du musst ein Teil davon sein. Ciao. Ciao.